Über diese Wetterkarte hier würden sich wahrscheinlich alle Menschen im Süden des Landes freuen, denn sie würde uns weiße Weihnachten bescheren. Das ist die Wetterkarte für Heiligabend von gestern gewesen, vom europäischen Wettermodell. Zumindest zeitweise Hoffnung auf Schnee zum Weihnachtsfest. Wir schauen uns mal in diesem Video an, wie geht es in den kommenden Tagen weiter und was macht die Prognose für Januar und Februar? Was passiert nach der Umstellung der Großwetterlage nach dem 4. Advent? Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Aber zunächst mal ein kurzer Rückblick auf den Dezember bisher. Die Hälfte des Monats ist fast vorbei. Ihr erinnert euch vielleicht noch, im Vorfeld hatte der amerikanische Wetterdienst Noah einen normal temperierten bis leicht zu milden Dezember vorhergesagt. Und das ist die aktuelle Datenlage. Die Temperatur liegt im Mittel in diesem Monat bei 1,9 Grad und wir liegen leicht über dem Klimamittel. Die ersten 13 Tage sind 0,6 Grad zu warm. Beim Niederschlag gab es bisher 27 Millimeter Niederschlag. Das sind 39 Prozent vom Monatssoll. Und beim Sonnenschein, da hatten wir bisher 12 Stunden. Und das sind 30 Prozent vom langjährigen Durchschnittswert für den gesamten Monat. Wir sehen also, bei der Temperaturabweichung liegt der amerikanische Wetterdienst Noah bisher gar nicht so verkehrt. Wenn wir mal bedenken, was sonst noch so alles berichtet worden ist im Vorfeld über den Dezember, dann hat doch die Noah eigentlich bisher ganz gut abgeschnitten. Mal gucken, wo wir am Ende landen. Auf jeden Fall hier und da wurde ja ein Eiswinter angekündigt. La Nina, der Polar, alles sollte zuschlagen. Genauso schlimm wie 2010 sollte es kommen. Aber all das ist bisher nicht eingetreten. Wir warten die nächsten beiden Wochen ab. Wir schauen mal auf die Ensemble-Vorhersage für den Norden des Landes. Und zwar bis zum Monatsende, fast schon bis zum 30. Dezember. Und wir erkennen, es wird tatsächlich kühler. Nach dem 4. Advent geht es mit den Temperaturen back up, auch im Norden des Landes. Und meist liegen wir dann so um die 0 Grad am Tag. Und nachts gibt es leichten Frost. Aber viel Niederschlag wäre weiterhin nicht dabei. Das Ganze ist ziemlich hochdrucklastig. Das kennen wir ja schon. Kaum kommt die Kälte zu uns, dann ist es eben meist die trockene Kälte. Und da fällt kaum noch etwas vom Himmel. Also weiße Weihnachten im Norden, das steht auch hier weiterhin auf der Kippe. Die Großwetterlagenkarte von heute Mittwoch, die zeigt dieses große, mächtige Hoch Jascha. Das liegt wirklich von den britischen Inseln einmal bis fast nach Russland. Es hat sich wirklich ganz schön breit gemacht über ganz Europa. Und es sorgt dafür, dass es beim Wetter erstmal sehr, sehr ruhig vonstatten geht. Auch heute am Mittwoch gibt es zwar dichte Wolken hier und auch etwas Sprühregen. Aber mehr passiert da einfach nicht. Auch nicht am Mittag und nicht zum Abend hin. Das Wetter bleibt relativ ähnlich. Mal dichte Wolken, mal Dunst, mal Nebel. Und dazwischen vielleicht hier und da auch mal ein klein wenig Sonnenschein. Die Temperaturen gehen insgesamt sehr mild weiter. 7 bis 11 Grad werden da heute erwartet. Auch die kommende Nacht zum Donnerstag wird nicht wirklich eisig kalt werden. Nur im Süden des Landes Richtung Alpenrand. Da erwarten wir so minus 1, vielleicht auch minus 2 oder minus 3 Grad. Im Rest des Landes frostfrei und die Frühwerte liegen dann morgen so bei 3 bis 7 Grad. Der Donnerstag ist im Grunde eine Kopie vom heutigen Mittwoch. Viele Wolken, Dunst, Nebel. Hier und da nach Westen und Südwesten auch mal etwas Sonnenschein. Und die Temperaturen bleiben relativ unverändert um die 6 bis 11 Grad. Besonders hier im Norden, aber auch im Nordwesten. Da müssen wir mit zweistelligen Höchsttemperaturen rechnen. Das ist also für die aktuelle Jahreszeit dann doch ein bisschen des Guten zu viel. Und auch der Freitag bringt gleiches Wetter. Viel Dunst, viel Nebel, ab und zu mal ein bisschen Sonnenschein. Vielleicht hier und da auch mal ein bisschen Sprühring mit dabei. Es ist insgesamt aber ein sehr ruhiger Tag. Und die Temperaturen steigen erneut auf 8 bis 10 Grad an. Und auch am Samstag gibt es keine große Änderung bei der Wetterlage. Teils viel Dunst, viel Nebel. Aber hier und da kann sich besonders im Westen auch mal die Sonne durchsetzen. Die Temperaturen, naja, sind kaum verändert. Nur im Norden, da wird es langsam ein bisschen kühler. 5 bis 6 Grad im äußersten Westen Richtung Nordrhein-Westfalen sind aber noch mal so 9 oder 10 Grad möglich. Ja und bis nächste Woche Dienstag, da kommt relativ wenig Niederschlag vom Himmel. Hier mal die Regensummen, alles zusammengerechnet bis nächste Woche Dienstag. Und wir sehen, da fällt eigentlich weitgehend nichts vom Himmel. Zumindest nichts Nennenswertes. Da gibt es mal ein bisschen nach Norden so ein Liter Regen pro Quadratmeter. Das ist meist wahrscheinlich nur Sprühregen, der hier und da mal aus der Nebeldecke herausfällt. Ganz im Nordosten und hier im Südwesten bleibt es sogar komplett trocken. Noch mindestens bis nächste Woche Dienstag. So stabil ist dieses Hochjascha. Doch wann stellt sich nun die Wetterlage um? Es wird kühler. Wie gesagt, nach dem 4. Advent, wir schauen hier mal auf die Ensemble-Prognose für die Mitte des Landes. Und zwar bis zum 30. Dezember auf die 2-Meter-Temperaturen. Nach dem 4. Advent wird es dann kühler. Die Temperaturen rutschen auf 0 Grad am Tag und auch nachts gibt es leichten Frost. Aber über die Festtage hinweg sind die Niederschlagssignale relativ schwach. Es bleibt also meist bei diesem hohen Luftdruck, das heißt auch die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten, sie bleibt weiterhin sehr gering. Wenn es nicht noch eine Überraschung gibt, vielleicht ein kleines Höhentief, was sich dazwischen mausert, dann könnte es vielleicht noch werden. Was werden mit dem weißen Weihnachtsfest? Wir schauen nach Westdeutschland, auch bis zum 30. Dezember. Hier auch auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe. Das ähnliche Spiel hier. Nach dem 4. Advent wird es langsam etwas kühler, beziehungsweise eigentlich erst zum Heiligabend wird es kühler hier im Westen des Landes. Temperaturen aber immer noch leicht über 0 Grad am Tag. Und ab und zu auch hier nur ganz schwache Niederschlagssignale. Und das dürfte ganz unten meist Schnee, Regen sein. Ab 200 bis 300 Meter wäre es dann wahrscheinlich Schnee. Was passiert in Ostdeutschland bis zum 30. Dezember in Sachen Niederschlag? Wir schauen hier auf die Ensemble-Vorsage für den Niederschlag bis Monatsende. Ja und so ab den Weihnachtsfeiertagen gibt es nennenswerte Niederschlagssignale, aber auch da in der Summe gerade mal 4 bis 5 Millimeter Niederschlag. Das ist relativ wenig. Wenn das fällt, dann ist es teilweise eben auch Schnee. Also 4, 5 Zentimeter könnten da mit viel Glück schon zusammenkommen. Und zum Schluss noch der Blick nach Süddeutschland ebenfalls bis zum 30. Dezember. Und auch hier bleibt es relativ ähnlich. In den kommenden Tagen geht es sehr mild weiter. Das Temperaturmittel steigt weiter an. Nach dem 4. Advent wird es langsam kühler. Die Temperaturen gehen dann auch tagsüber auf unter 0 Grad zurück. Aber auch im Süden des Landes gilt, es sind ganz wenige Niederschlagssignale in Sicht. Auch hier wird es mit weißen Weihnachten sehr knapp werden. Nur in den höheren Lagen, wo der Schnee nicht komplett wegtaut, da haben wir noch Chancen auf weiße Weihnachten. Das ist so ab 700, 800 Metern der Fall. Aber weiter unten in den Niederungen, da wird wahrscheinlich auch in den kommenden Tagen erstmal alles abtauen. Und wenn dann eben nichts nachkommt an Schnee, dann wird es auch mit weißen Weihnachten ziemlich knapp werden. Jetzt der Blick auf die Temperaturabweichungen für den Januar und für den Februar. Hier erstmal die Prognose vom amerikanischen Wetterdienst NOAH. Wir hatten eben gesehen, für Dezember hat NOAH richtig gut abgeschnitten bisher. Wir schauen nun auf den Januar, da ein relativ ähnliches Bild. Der Januar nur im Norden des Landes ein halbes Grad wärmer als das langjährige Klimamittel. Im Süden sogar weitgehend normal temperiert. Also das könnte ähnlich ausfallen wie der aktuelle Monat Dezember. Aber dann im Februar, da rechnet die NOAH mit einer großen Abweichung nach oben. Teilweise zwei bis drei Grad zu warm, besonders hier im Osten des Landes. Das wäre also eine sehr starke Abweichung nach oben, verglichen mit dem langjährigen Klimamittel. Zum Vergleich jetzt noch der Blick zum europäischen Wettermodell. Und da sehen wir eine große Überraschung. Das hatten wir uns schon vor ein paar Tagen angeschaut. Da wird es dann plötzlich sehr kalt gerechnet im Januar. Teilweise ein halbes bisschen Grad zu kalt. Stellenweise auch 1,5 Grad kälter, verglichen mit dem langjährigen Klimamittel. Also könnte vielleicht der Januar zumindest noch eine winterliche Überraschung bereithalten. Aber der Februar kommt dann doch relativ ähnlich in die Richtung der NOAH. Auch der Februar soll demnach zu warm werden, nach den Berechnungen vom europäischen Wettermodell. Halten wir also mal fest, für den Dezember lag die NOAH bisher richtig gut. Eine Abweichung wurde berechnet von 0,5 bis 1 Grad. Momentan ist der Monat so rund 0,6 Grad zu warm. Da kommen zwar ein paar kältere Tage nächste Woche, aber erstmal geht es sehr mild bis zum Sonntag, Montag weiter. Und das drückt das Mittel auch nochmal nach oben. Ja und Januar könnte vielleicht nach dem europäischen Wettermodell mit einer Überraschung aufwarten in Sachen Kälte. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Februar nach beiden Wettermodellen eher dann doch zu mild. Die Miltschiene, wir warten es ab, wie es am Ende ausgeht. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetternet auf YouTube. Tschüss und bis bald.